In diesem Video lernen Sie das Zehnfingersystem anzuwenden. Ich werde Ihnen dazu die Grundlagen zeigen. Im Anschluss müssen Sie das Schreiben nur noch üben. Dazu empfehle ich das Programm Tipp 10, welches in der Beschreibung verlinkt ist. Zuallererst nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein, blicken nur auf den Bildschirm. Dann legen Sie die Oberarme am Körper an, lassen die Schultern entspannt hängen. Die Unterarme sollten zu den Oberarmen einen rechten Winkel einnehmen. Die Handgelenke am besten nicht ablegen. Bevor wir gleich die Grundhaltung kennenlernen, sollten Sie noch zwei Tipps beherzigen. Nachdem Sie angefangen haben, dieses System zu lernen, kehren Sie nicht zum alten System zurück, wenn es einmal schnell gehen muss. Außerdem ist es wichtig, sich darauf zu konzentrieren, fehlerfrei zu schreiben und nicht schnell, denn das ist deutlich effizienter. Doch nun zur Praxis. Auf den Tasten J und F sind Ihnen bestimmt schon diese beiden fühlbaren Noppen aufgefallen. Diese dienen als Orientierungshilfe. Legen Sie den linken Zeigefinger auf das F und den rechten auf das J. Und nun die restlichen Finger auf die Tasten A, S, D und K, L, Ö. Dies ist Ihre Grundhaltung, welche Sie immer einnehmen sollten. Welche Finger Sie nun für die restlichen Tasten verwenden, ist auf dem Bild zu sehen. Mit dem Daumen tippen Sie einzig und allein die Leertaste. Um Großbuchstaben zu schreiben, müssen Sie die Umschalttaste und den entsprechenden Buchstaben drücken. Damit man sich dabei nicht die Finger bricht, drückt man die rechte Umschalttaste mit dem kleinen rechten Finger und den Buchstaben, der groß geschrieben werden soll, mit der linken Hand. Andersherum für Buchstaben, für die die linke Hand zuständig ist. Glückwunsch! Sie beherrschen jetzt die Grundhaltung des Zehnfingerschreibens. Jetzt heißt es nur noch üben. Allerdings ist dieses System zu üben sehr zeitaufwendig. Es können schon mal 50 Stunden nur für Übungen vergehen, bis Sie es beherrschen. Wer allerdings keine 50 Stunden üben möchte, der kann sich über den Link in der Videobeschreibung für ein kostenloses Webinar anmelden. Darin wird erklärt, wie man mithilfe einer speziellen Lernmethode das Zehnfingersystem in ca. 3 Stunden lernt. So habe ich das Schreiben mit 10 Fingern gelernt, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann. Aber egal welchen Weg Sie gehen, ich wünsche Ihnen viel Erfolg.